In jeder Herde sind etwa 50 Kühe, zwei Zuchtbohlen und die entsprechenden Jungtiere. Die Mutterkühe werden von den Zuchtbohlen gedeckt und kalben auch im Freien ab. Wenn die Mutterkuh das Kalb nicht annehmen kann, zum Beispiel bei Zwillingsgeburten, dann wird das Kalb im Stall mit Hand aufgezogen. Die Tiere sind durch das Treiben und die Behandlung sehr unruhig, manche aggressiv. Deshalb müssen alle Beteiligten während der ganzen Prozedur konzentriert sein und zügig arbeiten. Ich habe am 4. August 2006 meine Ausbildung zum Landwirt angefangen. Anfangs hatte ich Schwierigkeiten, mich zurechtzufinden und das Pünktlichsein fiel mir schwer. Aber ich habe mir schnell einen guten Ruf erarbeitet. Ich wurde oft für Arbeiten eingesetzt, die kein anderer gemacht hat, weil sich Lehrlinge mit Führerschein dafür zu feiern waren. Die Lehre zum Landwirt hat mir gezeigt, dass man keine Angst vor der Technik haben muss. Man lernt schließlich noch und bekanntlich lernt man nie aus. Ich hoffe, wie viele Minuten kannst du aber ordnen. Was ist das? Was ist das? Ah so. Ich bin so schon da, aber noch mal. Äh, du warst du mit dem Auto? Vielen Dank.